Herzlich willkommen zurück bei Anno 1404 in der History-Edition. Ich bin reich. Äh, ne, bin ich nicht. Ja, kommt doch ein Ja. So. Ja, ihr dürft bleiben. Wir dürfen bleiben? Das ist ein Wort. Ein gutes Geschäft. Ja, ja, klar. Lasst mich euch ein Arbeiter stehen bereit. Ja. Unterstützt mein Vorhaben. Lasst mich euch ein... Äh. Oh, Kleidung. Mangelt an Ware. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. So war nicht gut. Die kriegen ja schon kein... Es kriegt niemand welche außer die, die sie wirklich brauchen. Dann müssen wir die schon mal... auf Aussetzen hier, dass die, die nicht bekommen. Lasst mich euch ein wenig unter... Dein Geld ist bei mir im Bett. Ich helfe euch gerne. Ihr werdet wieder von einem gutes... Allah segnet. Ihr seid ganz nachts... Jetzt kommt jeder hat mir... Ja, ja, ja. Salam Aleikum. Gut, Brot ist wieder mal kurz vor leer. Das Bier, das geht tatsächlich. Das hält sich scheinbar. Nein, ganz oft gar. Jetzt muss ich mich darum... Wenn ich hier Grabungen durchführen soll, benötige ich auch die entsprechende Ausrüstung. Wenn es weiter nichts ist, womit behilflich sein kann... Das kann schon gut sein. Das gefällt mir. So. Ach, ja. Wir warten jetzt mal, dass wir den kurzen Vorwort haben. So 20 Tonnen. Reicht das? Wir versuchen es mal. Hier. Oh nee, jetzt müssen ja schon ein paar mehr Häuser abgegräbt. Es müssen nur 8 sein. Okay, 8, das kriegen wir vielleicht hin. Ja, 8 Stück. Das schaffen wir. Let's go, Jungs. Let's go. Also, warte mal hier. Gibt es noch einen Haltstopp. Was denn? Du hast doch hier... Das da. Das wäre doch auch noch... Achso, das ist... Ja, okay. Aber trotzdem. Sehr gut. So. 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 Brot. Ist freigegeben. Eins. Zwei. Drei. Brot ist nicht mehr freigegeben. Ich helfe euch gerne aus. Ach, die scheiße Brillen kommen jetzt. Kann ich hierbei auf euch zählen. Ich habe die drei... Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ich hätte doch nicht können ich... Du wirst es verschmerzen. Ein guter Sass uns liberaler Stuhl. Ja, 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 ja. Ich hätte da nur noch einen. Ich dachte hier hinten ist doch irgendwann nur ein. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Vielleicht bin ich auch doof. Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann... Ich fahre eher mal nach hier unten. Wir brauchen nämlich... Ehrenhaftes Geschäft. So, ja, ihr beiden könnt mal euch um das da kümmern, falls ihr das noch erwischt. Ne, das hat er viel zu langsam für. Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Perfekt, da haben wir direkt unseren Kupfristen. Interessante Auswahl. Was habt ihr dem Rat der Zehn anzuholen? Was habt ihr dem Rat der Zehn anzuholen? Ein gutes Geschäft ist mir... Das nehmen wir doch gerne mit. Interessante Auswahl. Das nehmen wir doch gerne mit. Ihr werdet wieder von mir... Ihr seid zu langsam, ihr Kackschiffe. Naja. Ein ganz und gar ehrehaftes Geschäft. Ich helfe euch gerne aus. Dann gib jetzt mal her hier so ein paar Eisenbarren. Ihr könnt weiter rödeln. Fahrt mal hierher zurück. Ein gutes Geschäft. So. Ich soll eine Grabung vornehmen. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Oh, passt. Ja, lassen wir. Ich soll es dir auch schon irgendwie hinfahren, dass du es ableiten kannst. Jetzt kannst du erzählen. Hassan Benzaid hat dir ein Loch gebraucht. Ich bin lustig. Ich bin aus dem Benzaid. Entschuldigung. Würdet ihr ein wenig Zeit für meine Mitbrüder und mich erübrigen? Äh, 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 äh. Stimmt, die brauchen Quats, ne? Quats. Quats. Die Details bleiben besser. Quats. So. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das ist ja bedauerlich. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das ist weniger bedauerlich. Es geht doch. Lokratie. In jeglicher Hinsicht. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann, ich kann nochmal eine neue Route aufmachen. Von hier nach hier. Und zwar, dass... dass man hier rübergebracht wird. Oben und... Vaison. Ne, Fesse. Alter, was ist denn hier los? Fesse. Fesse, Alter. Die Liga-Szenie. Hat zwar damit nichts zu tun, aber alles ist ja egal. Klar. Geld haben wir genug. Vergesst nicht, wer euch den Steuersäckel gefüllt hat. So ist es recht. Ein gutes Geschäft ist die willkommene Abwechslung. Salam Alei. Du, du... Du, 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 du... Ähm, ja, danke schön. Ich hätte gerne... Nein. Ja, das hätte ich zum einen auch gerne. Fünf Leute mehr. Nice, 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 nice. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, gut, dann hört mal kurz hier damit auf. Ja, 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 ja. So, diese... Gut, die hier... Die hier... Gut, die müssen wir auch nochmal überarbeiten. Wir können nochmal eine Handelskorre bauen hier. Lokratie. Ein gutes Geschäft. Schiff fertiggestellt. Wir machen das mal so. Dass wir hier noch einen Stop mit reinsetzen und hier wird dann nämlich aufgeladen. Brillen und Kerzenständer. Moment, da müsste man es... Müsste man das ein bisschen anders systematisieren. So, folgendes. Du fängst hier an, fährst dann da hoch. Lädst hier ab, fährst dann da rüber. Und hier lädst du auf Kerzenhalter und Brillen. Hier lädst du ab Kerzenhalter und Brillen. Hier lädst du auf... Quatsch. Hier lädst du das ab, Kerzenhalter und Brillen. Hier lädst du auf Fässer und Wein. Und hier lädst du ab Fässer und Wein. Wein und Brillen. Und ja, gut. Und Brille. Viel Mann. Wenn es weiter nichts ist, ihr werdet wieder von mir. Ich helfe euch gerne. Gut, dann könnt ihr jetzt ja auch weiter arbeiten jetzt. So. Hm. Hm. Ihr seid ganz nach... Lasst es gut sein. Allah segne euch für eure Zuversicht. Ja, sorry. Hab deine Mönche vergessen. Habt ihr die vergessenen Mönche vergessen? Hm. Fail. So, Brot. klamotten let's go na wie schaut's danke 1 2 ach das war's schon die VM mit ihrer rauntersschutzung Ja, das kann ich jetzt hier auch mal so viel, ich hab da so viel gar nicht, hab ich auch gar nicht mehr hier, ne, also, hä, Hilfe. 1.500, das bräuchte ich nochmal. Ayrak, ich grüße dich. Herzlich Willkommen. Sie quatschen mich hier ohne Ende voll, meine Güte. Öh. Was kaputt? Absolut. Absolut. Wenn es weiter nichts ist. Blauerlich. Dabei war es so wichtig. Ja, ja, ja. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ein fairer Handel. Schafft ihr das überhaupt hier, das alles rüber zu fahren? Ja, doch. Scheinbar. Scheinbar. Das gefällt mir. Flupp. Da ist erstmal ordentlich was aufgesteckt hier. So, jetzt hier als nächstes irgendwie 20, 30, äh, Patricia aufsteigen lassen. Was ist denn eigentlich mit ihm hier? Völlig alleine da? Okay. Das gefällt mir. Ihr werdet wieder von mir... Na, welcher... Ihr habt ein gutes... Ich helfe euch gerne. Eine Funktion. Ein weiterer toller Screenshot unserer wunderbaren Stadt. Ein gutes Geschäft. Ja, ja, ein gutes Geschäft. Ja, Material haben wir ja genug. Da mache ich mir mal keine Sorgen. Oh, ja, cool. Ein Viertel haben wir schon. Und jeder hat bekommen, was er verdient. Ja, 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 ja. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. So, jetzt machen wir mal ein bisschen... Also, ein bisschen manuell hier Häuser presen müssen wir schon. Und ich jetzt sehe, dass das hier teilweise passiert. Das ist ja echt nicht recht. So, Werkzeug nehmen wir mit. Holz nehmen wir mit. Glas nehmen wir mit. So. Mosaik, genau. Das würde ich mir auch gerne noch mitnehmen. Hier ein bisschen Mosaik. So. Und dann fahren wir mal hier hoch. Wie viele Bettlers haben wir denn dann eigentlich in der Stadt hier? 62, aber kriegen wir alle noch aufgenommen. Sehr gut. Das ist das Boss. Da muss ich mal gleich nochmal nachrüsten. Ja, es kann ruhig bleiben. Rot kriegt er. Sieht es irgendwie aus mit den Fällt mir jetzt direkt. Sprücher geht tatsächlich auch noch. Und so der Rest. Vergesst nicht, wir euch ein gutes Geschäft. Die Detail. Wenn es weiter dein Geld ein gutes Geschäft. Ja. Das passt tatsächlich alles. Also, Bier schwört jetzt scheinbar weniger. Ich helfe euch gerne aus. Das ist aber kein Problem. Okay, die Adeligen saufen schon. Also, das sind schon wieder die einzigen, die ja Bier trinken. Aber das ist okay. Das ist okay. Theoretisch brauchen wir gar kein Bier. Also, nicht damit die Leute glücklich sind. So meine ich das. So, dann... So, dann... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, wunderbar. Also, nicht, dass die Produktion zum Erliegen kommt, sondern, dass jetzt hier meine Leute happy sind und gleich aufsteigen können. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. So. Damit gibt's das für euch nicht mehr und ihr seid auch nicht mehr glücklich. Ihr seid dafür jetzt glücklich. Eine Produktion kommt zum Erliegen. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Neuadligenhäuser. Ja, wunderbar. Brot gibt's für euch nicht mehr. Ja, Bier können wir euch eigentlich auch mal streichen. Glücklich seid ihr dementsprechend natürlich auch nicht. Ja, bei euch läuft das doch. Ihr könnt euch jetzt... Wir machen das mal so, ja. Lukrativ. Geht ihr mir bei dieser Sache? Lasst mich euch ein... Und jeder Hassgefäge... Allah, siegne euch. Seid ihr bereit? Hervorragend. Ja. Ein gutes Geschäft gemacht. Ein gutes... Seht nur. Die Baustelle ist völlig verwaist. Welch trauriger Anblick. Ein gutes Geschäft ist mir willkommen in der Abwechslung. Wir spielen schon seit zwei Stunden, ne? Das geht ja noch. 15 Tonnen Pelzmäntel wollen wir haben. Da, zu diesem Schiff auf See. Na, sicher. Na, sicher. 75 Tonnen haben wir hier schon. 25 Tonnen Pelzmäntel. Ich bin froh, dass ihr euch ein Fehler habt. Nehmen wir sehr gerne. Jo. Ich helfe euch gerne aus. Ja, nimm ruhig alles. Fein. Fein als Zoll. Welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Könnte man eigentlich machen? Ist eigentlich sogar ziemlich schlau. Ich bekomme regelmäßig... Ich helfe euch. Ich bekomme... So, nehmen wir. Danke. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Ich helfe euch gerne aus. Dann kriegen wir hier ein bisschen Zoll. Das gefällt mir. So. Einer Ihrer Betriebe stellt keinen... Seid mir herzlich gegrüßt. Noch mehr Bücher. Brauchen wir nur ein Brot. Naja. Können wir hier oben mit hinsetzen. Haben wir das nicht hier schon? Aber echt nicht. Wow. Brot. Wir haben keinen Ruhm. Wir sind absolut ehrlos. Hier, bitteschön. 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 Gleich Doppelzollware hier hinten hoch. Földern. Bitteschön. 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 10 Tonnen Brot. Einfach so. Heiß. Ich hab das Flaggschiff verloren. Das war jetzt natürlich doof. Das war jetzt natürlich doof. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel Schaden machen. Ich dachte hier trotzdem mal übel, easy weg, ohne ein Schiff zu verlieren. Jeder hat bekommen, was er wollte. Ein gutes Geschäft ist mir willkommen eine Abwechslung. Cooler. Ja ne, den haben wir schon. Was ist das hier? Ein heiliger Kreuzzhammer? Presslufthammer meinte ich. Zimmermannshäuser. Schauen wir hier noch irgendwas geiles. Ne. Teppiche, Zollwaren. Nö. Nö. Kannst du mir noch irgendwas tolles anbieten? Zorn. Coverbrief. Das gefällt mir. Boah. Bei ihm kriege ich die Fruchtbarkeit. Now I see it. Du wirst es verschmerzt. Lass mich ein wenig unter die Arme greifen. Tauber Kanonier. In diesem Kursaren an Bord verbessert sich die militärische Eigenschaft eures Schiffes. Hä? Gut. Sehr schön. Hier, da war Werkzeug. Das nehmen wir. Der Dombau läuft auch gut. Sehr schön. Vier Leute müssen hier sicher mal kurz upgraden. Ich möchte gerne einen anderen Saatgut. Dattelsaatgut. Ich hätte hier aber nirgendwo... Das ist ziemlich witzlos. Naja. Vielleicht kann M ja irgendwas Sinnvolles kreieren. Das ist ja noch eh... Ich verdiene doch eh genug. Einer der Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nehmen wir mal mit. Ja, so. Bauen wir mal hier hin und bauen den da einfach mal explizit nur für ihn da was hin. Vielleicht kommt da ja was Gutes bei rum. Ja, ja. Ihr werdet wieder von mir hören? Ja, ja. Bei Allah. Ein gutes Geschäft. So, dann einmal in Noria. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Hätte ich jetzt beinahe in eine Dattelplantage hingesetzt. Obwohl es ja nicht geht. So. Dann fährst du einmal hier rüber. Dann wird hier in eine Dattelplantage hingesetzt. 1, 2, 3, 4, 5. So. Hier war dieses Schiff. Wir erstellen eine neue Route von hier nach hier. So. Dann werden hier nämlich die Datteln aufgeladen. Und hier werden sie abgeladen. Du kümmerst dich darum. Und du heißt ab sofort... Datteln. So. Ich helfe euch gerne aus. Ein ganz... So. 1, 2, 3, 4. Schön. So. Der Rat der 10. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. So. Hervorragend. Genau so ist es richtig. Ja. Finde ich auch. Genau so ist es richtig. Und so macht man das. Hallo. Spiel. Ähm. Okay. Krass. So ein lang... Äh... Äh... Na gut. Ich würde sagen, dann beende ich mal die Folge an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Und... Äh...